Also ich habe Mohammed Ali bei Olympischen Spielen 2000 in Sydney kurz kennengelernt, mit ihm ein Foto gemacht, Worte gewechselt. Das war für mich ein wahnsinniges Gefühl. Und dann natürlich eine Medaille zu gewinnen bei Olympia, auf dem Treppchen zu stehen, wissen, dass Bill Clinton damals 96 in Atlanta im Publikum sitzt und viele Athleten dann eben auch bewundert in dem Augenblick. Und das war ein toller Augenblick für Deutschland, eine Medaille zu gewinnen.